Nein, nein. Oh, läuft da oben, läuft da oben. Doch. Ist einfach so, einfach so gestorben. Einfach so gestorben. Der Küper, der ist einfach so umgefallen. In diesem fehlenden Chunk. Yay. Sah ein bisschen lustig aus. Fällt einfach so um. Eyo, Eyo. Er ist so umgefallen. Eyo, Eyo. Genepro, Mexiko. Eyo, Eyo. Ich will das, ne? Uhahaha, scheiß Skelett. Langsam muss ich mal mein Schwert reparieren. Nee. Nicht. Nein. Langsam habe ich keine Lust mehr gerade. Hehehe. Kann ja gleich Pause machen. Pause oder lauter? Ähh. Dann können wir aber lauter ausnehmen. Vorerst nicht so viel machen. Um 6 Uhr ist das Essen fertig. Das wollte ich frisch essen. Weil es uns in der Mikrokacke schmeckt. Boah fick dich doch. Komm jetzt her. Der Arschgeige du. Wir können das so bis. 18 nachmachen. Passt das denn 18 nach? Ja. Müsst du ja, ne? Ja. Überall mal. Mhm. Das ist dann eine halbe Stunde, weil du hast gesagt sieben. Das ist jetzt sicher. Ja. Weil dann haben wir ja 5 Folgen. 5? Ja. Haben wir da nicht 6? Nee 6. Auch schon wieder anderthalb Wochen. Sechsten nicht 5? Nee, wenn wir eine Stunde aufgenommen sind, ist es 4. Ja. Das Vision. Gut, wir könnten auch in. Nee, jetzt wäre ja schon die. Die eine ist jetzt schon wieder angefangen worden. Die eine Folge. Geht ja auch schon wieder nicht. Hm. Was? Deswegen meine ich das ja eben auch. Na? Burn, 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 skillet. Ja. Dann lass mal so. Machen wir schon so. Ja. Würde mir jetzt auch nichts anderes einfallen. Wie viel Lootability hab ich denn noch? Ach, hab ich noch. Nee, die Kühe haben gebraucht. Das ist gut hab ich noch ein Schwert. Warum geben diese Hühner keine Eier hier oder was? Wo du doof bist. Was ist denn da los? Hm. Ist bisschen komisch. Jawoll, Level 30. Läuft. Geil. Genau da, wo die Filze bei mir drin sind. Da sind Zombies drin. Ja, hab ich ja bei mir unten ja auch gehabt. Die zieht das irgendwie magisch an, das Zeug. Hm. 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 Na. Herr Centos. Haben sie da angestellt. Ja. Ja, auch noch ein Creeper. Fick dich. Ohhhh. Ohhhh. Jetzt hast du gar keine Lust mehr. Aber man merkt es dir an so. Äh. Mach doch gleich wieder Depri-LP auf. Wieso? Man merkt es an deiner Stimmlage. Ja, weil wenn das nicht funktioniert, dann hab ich auch keinen Bock mehr. Ja. Achwohl, ich verzauber gern Bogen wieder. Da waren drei Skelette, zwei Creeper und zwei Zombies drin. Läuft bei denen. Ja. Läuft, Digga, läuft. Läuft, die läuft. Läuft, die läuft, die läuft. Ja, Flame 1 und HyperCard 3, Digga. Scheiß drauf. Kann ich mit einem Bogen... Was hab ich denn noch für Bögen? Ich hab noch einen Bogen mit halb... Oh, mit Stärke 3. Egal, was kostet das denn, wenn ich das zusammenpacken will, ja. 24 Level. Du, ne gute Verzauberung mit Flame 1 und sowas. Why not? Was denn? Ich hab ja Halbarkeit 3, Flame 1. Und Stärke 3 auf dem Bogen, wenn ich das zusammenverzauber kostet noch 24 Level. Okay. Mach das doch. Werd ich wohl auch. So. Und ich angeh mir mal nochmal an meinen letzten Level. Oder mein... Wirst du mach ich da noch drauf? Dann der Cheetah Angel. So, das brauch ich mal eben. Du meinst dieses... Meeresglück da? Ja, der Cheetah Angel ist das. Mehr ist das doch nicht. Du mich auch. Und da hab ich auch noch ne Kiste. Gute Nacht. Hm, ich werd grad ein bisschen müde. Zack, zack, zack. So, beiß doch mal was an. Glas. Glas, 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 glas. Einmal Wasser. Spitzer. Spitzer glaub ich jetzt nicht im Winter. Nehm ich mal dir. Was kostet denn? Oh, ein Schwert zu reparieren. Level 30. 17 Level kostet das. Na komm, mach hin. Schau ich mal, dass ich das Huhn auf jeden Fall hier rein krieg. Ja, ein Ei. Wow. Yeah. Mit 1,8 mit der Verzauberung ist ja auch echt geil. Ja, aber dann kommt 1,8, das dauert ja auch noch. Auf äh, Diamanten. Simon Shepard Protection 4. Am Break gegen 3 und Torn 2. Ja, genau. Cheat doch gleich. Mich auch. Zack, wieder rein damit. Hey. Nee, 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 nee. Nee, der muss ich offen lassen. Boah! Mmhm, mmhm, mmhm. Obwohl der Geheiß-Buch kann ich hier sein. Nee. Hm, mmh, mach mal so. jetzt noch ein bisschen noch ein bisschen kann man hier stehen und da reinwerfen die eier fertig das ist jetzt momentan egal das ist ja nur dass ich jetzt wieder in gruppe er herkriege muss ja schnell gehen ich will es ja auch irgendwann hier fertig ja irgendwann in meinem minecraft leben will ich hier sparks bender wirklich er wäre mal sinnvoll da hängen wir auch noch mit weiß ich nicht in 200 folgen hier noch dran sicher ich glaube so lange habe ich keinen bock mehr drauf weißt du ich hatte dann lust drauf aber jetzt jetzt geht es bei dir ab oder was du nur weil du der wieser fall doch was mir soll es ja egal sein für mich ist das egal 200 folgen werden schon ein bisschen übertrieben ja läuft dann läuft 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 bei dir bodi naja läuft und ist das hol ich gleich an schau dich gleich was findet er geil supergeil super sexy super lässig super super gemütlich supergeil creeper missfiech 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 oh schnellen tunnel und das duf 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 klatschen können wir machen natürlich noch ein zwei videos rendern ich glaube kaum dass ich nach jetzt noch lust haben er weißt du was richtig nee ist voll nörkelig voll nuffelig ja genau und noch Metall hör auf damit hier ist noch eisen buddel dir ein loch runter und spring da immer rein also wieso soll ich das machen weiß ich nicht aus lange weile ja du mich auch mir gibt kein selbstmord aus lange weile so wie du im nether nee das habe ich nicht selbst gemacht ach schluck du Du Arschloch Du Arschloch Eskelett Mensch, nimm doch einfach die Kohle rein Ich dachte immer, dass die Cripper explodieren Äh, ich finde das immer geil, wenn Endermänner da rumstehen Putsch Putsch your hands up Du kannst nicht schon den Endermänner gleich wegklatschen Spiele dann Putz your hands up Putsch your hands up in die Är dei Der Centus Der Centus hat richtig Lust Und du bist beklavt Du brauch auch Arbeit, Loh Affe Was? ja ich war heute arbeiten ja und mich ja nicht aufnehmen müssen heute aufnehmen müssen ja noch später ist klar ein mini-zombie kleiner flitzer ja und letztlich eine stunde hingelegt oder so hat mache ich nicht weil ich dann richtig kaputt ich kann das nicht ich kann das wirklich nicht ich bin richtig im arsch dann iiii im arsch ist er dann du mir auch im arsch du kleiner kotkopf du bist ein kotköpfchen du mir auch jetzt hab ich den wasser einmal nicht mit scheiße bist du schlecht egal muss jetzt hier ganz vorsichtig ich habe jetzt einen einfachen weg nach unten gebaut in irgendeine also nicht einfach nur um koppelstern abzufahren sonst scheiß jetzt auch gewagt hat anders würde ich da auch nicht fahren oder irgendwelche ärzte die ich da finde meinst du ja meine ich wohl sondern backe backe ofen und jetzt ist ja auch noch zu verkaufen kuchen der fleisch hat gerufen das kriegen wir auch noch hin oh danke für das ei eierkuchen 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 pferde eierkuchen pferde eierkuchen eierkuchen ferde wenn Aschga gedo Du penest du Nein Doch Oh hier fehlt Block Er hat Block Du Geht meine Alarm lang wieder an Dün 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 So Effizienz einst hier noch Nio Ich könnte mir nochmal einen Zaubertisch bauen nein wo ich nicht mal den abbauen müsste hier macht doch weil ich hab den bau ich immer ab um auch mal level 1 zu bekommen okay war schon gelitten doch hast du kommst du denn er okay wir haben jetzt 18 nach ja ja nur bescheid weiß so leute dann wollen wir sagen werden wir jetzt die aufnahme und bis zum nächsten mal bei star challenge tschüss tschau tschau